ARD Text im Auftrag von Funk Ich schreibe jetzt die Beutnerin. Also, wir sind jetzt gerade hier oben angekommen. In der... Alp. Oder so. In der... Ja, wir sind jetzt gerade hier ausgesteckt. Das ist ganz... Ist egal. Da haben wir wirklich ein spannendes Vorrichtungssystem. Ja, das ist jetzt cool. Ja, wenn da die Kondel herkommt, können wir da aussteigen. Das ist ganz verrückt. Ja, das lassen wir bleiben. Jetzt kommen wir, glaube ich, gerade mal ins Häuschen, gell? Da sehen wir es schon. Das mit dem weissen Zettel. Ja. Das war so schweißig. Ja. Cool, cool. Okay. Kannst du uns gerade folgen? Oder willst du vorausschauen? Ja, klar. Es kommt nicht gross zu fahren. Es geht nicht, wo dass du nicht gerade... Ta**, 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 ta**. Das war's für heute. Take it all, take, take, take it all Jesus, we're living for your name We'll never be ashamed of you I pray to the Lord we are today Take, take, take it all, take, take, take it all Run into the world, the hills of God Follow in the shining light In your hands of power to save the world My life Run into the world, the hills of God Follow in the shining light In your hands of power to save the world My life Are you ready to keep praising God tonight? We're one generation Living salvation Here we go We see revival We will defy all that holds us back from you So we rise together We want a voice to say Jesus is our Savior There will be no one that we will shout it out We want the world to know One generation Living salvation Living for you We see revival We will defy all that holds us back from you So we rise together We want a voice to say That Jesus is our Savior There will be no other we will shout it out